Flusslogik. Hast du was? Gibst du was? Gibst du was? Kriegst du was? Das Wesen, eine Wiesensart von Antwort ist das Geben. Eine Wiesensart, so dass Wort in Verfalle gesteckt ist, im Verfall ist, im Verwortelte ist, ist Antwort verantwortet. Was macht, dass eine Wiesensart von Verantwortung das Tragen ist? Verantwortung trägt Mensch. Tragen, Tragödie, tragisch. Süchtige sind am Maß orientiert. Ebenso das Übermaß ist etwas, was noch am Maß orientiert ist. Menschen, welche unmaßt sind, sind unsüchtig. Lieben das, was passiert. Leben im Passionsgleichnis. So jemand aus dem Passionsgleichnis fällt, ist Passion verpasst. Ist Mensch im Da-Neben.